Ich suche ein wunderschönes Mädchen. Er ist nicht schüchtern. Sie wollen loswerden. Er belästigt sie. Warum möchtest du so gerne eine Frau? Weil ich gerne eine zum Küssen Liebe machen hätte. Was fehlt dir in der? Können wir nicht jemanden finden, der sich um ihn kümmert? Zu dem Lied würde ich gerne mit einem hübschen Mädchen tanzen. Wir müssen was machen. Zum Beispiel jemand Gutes für dich finden. Du bist gut für mich, aber wir können keinen Sex haben. Ich habe ein Problem und vielleicht kannst du mir helfen. Bietet eine von euch Dienste für Behinderte an? Nee, das macht mir Angst. Was meinst du mit vielleicht ein anderes Mal? Ich glaube, du hast gar nicht daran gedacht, mit einem Mädchen ins Bett zu gehen. Nein, daran habe ich nicht gedacht. Ist unsere Mission erfüllt? Wir müssen noch eine andere erfüllen. Wir müssen noch eine andere erfüllen. Die Frau meines Lebens finden. Ey, halt an! Dann reifst du durch ganz Europa und suchst diese wunderschöne Frau. Jetzt berühre ich dich. Glaubt ihr, dass ich jemals eine schöne Freundin finden werde? Wir fassen wir uns an. Naja, eher fasst du sie an, oder? Ich mach- furchse. Ich mach- furchse. Oder? Dann rüber. Ich mach- das wides-hhtwahl D sacrificed. Vielen Dank.